Verschlagen mit dem Betonblock. Ja, das müsste ich ja... Das müsste ich ja irgendwie kombinieren können oder so, aber das geht ja nicht. Ich guck trotzdem nochmal, ob hier irgendwas ist. Gott sei Dank, die Musik war eh scheiße. Und das mit den Tresorscheißgedöns, das krieg ich auch nicht auf, weil ich nicht mal die Kombination... Ich hab bis jetzt nirgendwo so Zahlen gefunden. Außer die 43 und die 38, das war's aber. Ich geh nochmal jetzt zu den anderen Raum und versuch das aufzusägen. Aber ob's richtig ist, weiß ich nicht. Wenn nicht... Keine Ahnung, wo ich denn hin soll. Ich wüsste nicht, ob ich jetzt noch irgendwo was aufhebeln kann oder aufschneiden mit dem Bolzenschneider. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh. Cool. Du musst leider wieder. Schönen Abend durchmachen. So. Wünsche ich dir auch, Hannes. Danke, dass du da warst. Dann habe ich die sieben Opfer. Die anderen Bilder holen. Glaube ich. Oder fehlt da noch was? Obvious. Wie ist das so? Wie ist das so? Um, ja. Ich wollte zahlen. Jetzt wollte ich zahlen. Jetzt kommt das Schluss erst auf. Na gut. Meine Güte. Meine Güte. Meine Güte. Ich habe da nur 10k Möglichkeiten. Ich habe das Gefühl, dass diese Menschen nicht leben sind. Und das macht sie stärker als wir. Sie sich mit uns interessieren. Sie erleben unsere Angst, die uns uns schmerzen. Sie hat ihnen Kraft. Sie hat ihnen Kraft. Sie hat ihnen Kraft. Wenn eine von ihnen zu uns befinden, dann ist es all aber unmöglich zu stoppen. Sie spielen mit unseren Wirklichen. Jetzt weiß ich, warum wir das mit schleppen. Wir können weiterhören. Sie ist nicht mehr human. Sie ist nicht mehr human. Sie ist mehr Hilfe. Ich werde investigieren. Die Frau du sagst. Madison Hale. Und ich werde sie zurückkommen. Als ich etwas findes. Keep all diese Informationen weg von deinem Kind. Geh weg von der Kamera. Als du diese Message bekommst. Aber bitte. 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 Du bist beherber. Wenn dein Kind bereits hat Kontakt mit dieser Entität. Ihr Leben, Du bist, und deine Familie, sind in gefehl. Mom. Chanel. Was habe ich getan? Ich muss eine Chance finden, zu Ende dieses. Fuck. Es kräft. Es kräft. Es kräft. Der hat auch immer. Mein Körper brennt. Eine Hörn. Pfff. 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 Wo haben wir denn Hörner gesehen? What? Wie? Wir müssen Platz schaffen. Warte, wir haben keinen Platz mehr dafür? Wieso hat das jetzt ein Limit? Oder haben wir jetzt... Ach, wir haben zu viel mitgenommen. Ich dachte gerade, hey. Hallo, Seraphich. Dieser Ferkel ist ein Stück schneller. Okay, jetzt ist die Frage. Also, die Kamera ist mit ihr verbunden. Die Kamera ist mit ihr verbunden. Hm? Wo finde ich jetzt aber die Zahlen? Lass mich... Lass mich raten. Es sind vier Uhren. Und da gibt es vier Zahlen. Und jetzt wird es ekliger, weil hier ein Poltergeist ist, oder was? Habe ich mir ja schon immer gewünscht. Ja. Das finde ich super. Das ist echt schön. Ich meine, macht Spaß, wenn du dann noch mehr erschreckt wirst und so, weil... Ich meine, wenn ich ein Geist wäre, wäre ich auch ein Arschloch und würde andere erschrecken und Dinge tun. Ganz klar. Ich würde dich auch machen. Jetzt ist... Hör mal auf! Scheiße. Oh Stefan, du Drecksack! Scheiße. Dieses doofe Kacklicht einfach! Mann! Ach, hier haben wir Hörner gesehen. Meint er die? Oh. Oh. Oh oh. Null? Ist das eine Null? Ah, was ist das jetzt schmutz? Ich... Ich weiß nicht, was das hier sein könnte. Meth. Lamp... Glühbl, Glühbl. Es ist ein Kackspiel! Es sind tatsächlich anders. Ich finde das sehr gut, dass das random ist. Weil da muss... Dann kann nicht jeder einfach so dahin gehen und das öffnen. Weil dann schummelt man ja. Und dann macht man sich das ja einfacher, ne? Ich finde das sehr gut, dass das random ist. Sehr geil gemacht. War denn eine Glühbirne? Oh nein. Oh nein. Wartet mal, wer wieder in den Keller muss. Das ist nicht... Das Haus ist ja schon vermüllt, Mann. Hallo. Ah, das war aber nur eine Zwischenebene beim Keller. Wie haben wir das hier gemacht? Oder muss ich das jetzt? Okay, okay. Also hier ist keine Glühbirne, die ist ja woanders. Ich habe echt gedacht, wir müssen jetzt nochmal zu diesem komischen Raum, wo mit den... Oh Gott, das wäre furchtbar gewesen. Aber hier ist keine Glühbirne. Wo war denn eine Glühbirne? Weiß das jemand? Ich habe mir das gemerkt, beziehungsweise nicht darauf geachtet, wo eine Glühbirne ist. Was ich jetzt machen? Ich glaube, es wird es nicht helfen. The doorbell! I gotta get to the front door. Wo ist denn die Vordertür? Ach, die ist doch zu mit dem Piano, ne? Ich glaube, ich habe mir gerade was eingeklemmt, oder? Oh, Alter! Jesus Christ! Boah! Oh, Alter! Ja, irgendwann auch wach! Oh ja! Ja, mein Puls ist gerade bei 90! Ist doch gut! Ja, habe ich gerade gesagt! Ist das jetzt eine Leichenhalle oder sowas? Ja! 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 Nein! Da gucke ich nicht hin! Ja! 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 Okay! Ja! Ja! Das ist ja auch so zufrieden. Am Feine Phantasy 7 durchgespielt. Oh geil. Richtig geil. Sehr gut gemacht! Puh, Puh. Am Feine. Leide. Hallo Queenie. Hallo Euro. Ja, ich leide doch schon, Mann. Ich leide doch so gut. Also gut, weil sie wirken aber nur damit ihr Bescheid wisst, weil ich nicht sofort reagiere oder länger auf Pingen habe. Alles gut. Okay. Wenn du was an den Videos bekommst, bekommst du nur noch mehr auszunehmen, weil die das machen bzw. Oh, ich weiß nicht, ob das so gut wäre. Was will das denn? Ich weiß nicht, ob du mal aus okayn hast. Ich weiß nicht, ob es alle noch haben. Aber jetzt find ich nicht so gut. Aber jetzt werden wir uns mal aufklären. Oder aufschreiben. Oh, Jesus Christ. Mann, Stefan. Warum tust du mir das an? Ich guck grad, mir blinkt dieses scheiß Licht hinter mir. Dankeschön für die Vergiftung an Euro. So, Vincent. Valentine, Vincent. Ich weiß nicht, ob das irgendwie relevant ist. 1890 bis 1947. Stefan hat ein Zap-Gift-Verbot jetzt. So, ob der da aufhört. Aber es ist halt die Frage, muss ich jetzt alle aufschreiben? Da sind ja halt mehrere. Keine Ahnung. Aber bei ihm steht halt diese drei. Die sind jetzt bei dieser drei. Entschuldigung. Ich bin live. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich mache. Okay. Da passiert nichts. Muss ich jetzt die sieben Opfer finden? Ich glaube, ich muss die sieben Opfer finden. So far, his left wing and three fingers have not been found. The first victim was her own 75 year old father. He was a beautiful face in such a way, that his face was unrecognisable. Aber Chloe, wieso? Ich habe schon mehrere heute gehabt. Macht auch keinen Unterschied mehr. Soll ich jetzt einen Film anschauen und das beim Leiden zuschauen? Besser hierbleiben und sind innere Kinder zu hinstellen. Wenn man Gift eine Stunde überlebt hat, ist man safe, oder? Ja, du bist ja schon der längst Immuneuro. Du hast das ja schon überlebt. Du bist ja schon neun Monate Sub. Das ist für die Ersten, also für die Neulinge, die das erste Mal ein Sub haben. Die müssen es überleben. Die müssen sich durchkämpfen, dass sie es überhaupt verdient haben im Keller zu kommen. Ich habe keine Ahnung, was man hier schon wieder macht. Geht's dir, bring mich nur um. Geht aber auch noch in die anderen Stockwerke, ne? Cool. Hier flackert es auch noch. Yay! Gute. Während die am Leben waren? What the fuck? Sie gar nicht sie. Das ist eher eine Leichenhalle. Mit mehreren Stockwerken, irgendwie. Ich habe keine Ahnung. Ich mache einfach Fotos. Das Gesicht von Liz. Ja, das ist von Leid erfüllt. Alter. Was ist das für ein Psycho? Wer ist da die ganze Zeit? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Die 3rd victim war ein 27er Mann. Madison hit his head with a sharp object repeatedly. The young man died instantly. His body was dismembered as well. Front door. Neighbors witnessed her trying the body injures. Notified the police. The woman's body was found unrecognizable in more than 13 pieces. The final victim was a 35-year-old woman. Madison hit her at her own front door. Hey, that's a sick piece, dude. I have now photos, but what do I do now? The final victim was a 35-year-old woman. Madison hit her at her own front door. Madison hit her at her own front door. The woman's body was found unrecognizable in more than 13 pieces. The final victim was a 35-year-old woman. Madison hit her at her own front door. Neighbors witnessed her dragging into the house and notified the police. The final victim was a 35-year-old woman. I have to do something. The final victim was a 35-year-old woman. Madison hit her at her own front door. Neighbors witnessed her dragging the body into the house and notified the police. Okay. The body was found unrecognizable in more than 13 pieces. The final victim was a 35-year-old woman. Madison hit her at her own front door. Okay, im vierten Stock. Keine Ahnung. Ich gucke gerade noch, weil ich nicht... Weil ich erstmal gucken muss, was es hier alles gibt. Okay. 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 Yeah? 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 Oh, mein gosch. There are no numbers on this one. Also gehören die alle zusammen, diese komischen Zahlen? Sie haben nicht gefunden, sie haben nicht gefunden, sie haben nicht gefunden. Was hat jemand mit dem Arm? Was ist denn mit meinem Arm? Oh, was ist das mit dem Spiel? War das jetzt richtig oder nicht? Das Spiel heißt Madison, das kam heute raus. Also eigentlich gestern. Ist ja jetzt schon wieder Samstag. Nein. Ja, nicht weiter. Es gibt auf jeden Fall noch was zu tun, aber dafür brauchst du was. Und kriege ich das jetzt hier in dem Bereich oder nicht? Fotos anschauen. Das sind jetzt auch Bilder, die... Was ist ein Tool? Okay, ich habe immer mehr Fragen. Hä? Ich komme jetzt auch nicht weiter. Ich habe keine Ahnung. Das ist jetzt schon wieder so verwirrend. Du bist jetzt da reingeworfen und weißt nicht immer, was du... Ob du jetzt das da kriegst oder nicht und was du da brauchst und... Was blöd ist, ich würde jetzt halt komplett zurückgehen und... Ich weiß jetzt aber nicht, ob das eine gute Idee ist, weil dann laufe ich jetzt rum und suche mich dumm und dämlich. Andererseits wüsste ich nicht mal, wo ich jetzt was suchen soll, weil ich habe eigentlich mich umgeschaut. Ich habe ja auch meinen Bolzelschneider, mein... Ich habe ja auch meinen Bolzelschneider, mein... Ich weiß nicht, ob ich es direkt wissen will, dass ich jetzt... Auch nicht so gratis wahre. Keine Ahnung. Da muss ich jetzt... Da muss ich mich jetzt dumm und dämlich suchen. Das ist ein Wappel, nicht? Ich denke schon für sein Stufe 3 im 37. Monat. Also man kann mir schon einen Tipp geben, aber ich will es nicht genau, die Lösung wissen. Ja, ja, er ist drauf gewartet, ne. Warum ist die Ebene am schlimmsten hier, irgendwie? Du hast ein Tool, was du nicht im Inventar hast. Ja, aber... Das ist mir ja bewusst. Oh, mehr weiß ich nicht. Oh, mehr weiß ich nicht. Der zweite...